Ein amerikaner ist in einem geschäft in frankfurt und möchte Briefmarken kaufen. Hören Sie diesem Gespräch zu. Können Sie den Kiosk dort drüben? Ja. Dort können Sie heute noch Briefmarken kaufen. Vielen Dank. Bitte. Entschuldigen Sie, wo ist die nächste Post bitte? Wie antwortet die Frau? Sie suchen eine Post? Sie suchen eine Post? Es gibt eine. Es gibt eine nicht weit von hier. Es gibt eine nicht weit von hier. Sehen Sie die Straße dort drüben? Sehen Sie die Straße dort drüben? Fragen Sie Welche Straße? Die Straße dort drüben links. Die Straße dort drüben links. Das ist die Poststraße. Die Poststraße. Die Post ist in der Poststraße. Die Poststraße. Die Post ist in der Poststraße. Ab. Am. Am postplatz. Am. 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 Am postplatz. Wie bitte? Wiederholen Sie. Die Adresse ist? Adresse ist? Die Adresse ist Postplatz Nummer 2. Fragen Sie, bis wie viel Uhr die Post geöffnet ist. Bis wie viel Uhr ist die Post geöffnet? Bis wie viel Uhr ist die Post geöffnet? Bis? Bis? Bis 18 Uhr. Ich muss noch zur Post gehen. Ich muss noch zur Post gehen. Wiederholen Sie. Schreibt. Briefe. Meine Frau schreibt viele Briefe. Meine Frau schreibt viele Briefe. Hämi-Scheh? Immer. Sie schreibt immer viele Briefe. Sie schreibt immer viele Briefe. Ihre Bekannte fragt. Und Sie, schreiben Sie viel? Ja. Und Sie, schreiben Sie viel? Antworten Sie. Na, mein Sie hat nämlich nichts gesagt. Nein, ich schreibe nicht viel. 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 Nein, ich schreibe nicht immer. Nein, ich schreibe nicht immer. Nein, ich schreibe nicht immer. Nur manchmal. Nein, ich schreibe nicht fully. Nein, ich schreibe nicht mehr. zu Hause. Wie sagt man die Gena? Nicht mehr. Meine Frau schreibt viele Briefe nach Deutschland. Meine Frau schreibt viele Briefe nach Deutschland. Ihre Bekannte fragt, Bacchae-Soma, koja der Alman hastan? As kalameye, den, ist tefadigonid. Wo in Deutschland sind ihre Kinder denn? Wo in Deutschland sind ihre Kinder denn? Sagen sie, Sie sind beide in München. Sie sind beide in München. Unser Sohn Unser Sohn studiert Medizin Und unsere Tochter arbeitet Und unsere Tochter arbeitet Sie arbeitet schon seit vier Jahren Sie arbeitet schon seit vier Jahren Wo arbeitet sie denn? Der Scherkate Siemens Bei Siemens Fragen Sie As kei der Scherkate Siemens karmen kone As kalameye Schon Ist tefadigonid Seit wann arbeitet sie schon bei Siemens? Seit wann arbeitet sie schon bei Siemens? Sagen Sie, dass sie schon seit zwei Jahren dort arbeitet Sie arbeitet schon seit zwei Jahren dort Sie arbeitet schon seit zwei Jahren dort Vorher hat sie bei Bosch gearbeitet? Vorher hat sie bei Bosch gearbeitet Begitt Begitt, kei bachai shumah har do dar munich zendigi mikkonan Meine Kinder wohnen beide in München Meine Kinder wohnen beide in München Sie sind beide in München Sie sind beide in München Ja, meine Frau schreibt viele Briefe nach München Ja, meine Frau schreibt viele Briefe nach München Wie sagt Ihre Bekannte? Das kann ich mir vorstellen Das kann ich mir vorstellen Fragen Sie Und was machen Ihre Kinder? Und was machen Ihre Kinder? Wie sagt Ihre Bekannte? Meine Tochter studiert Meine Tochter studiert Und mein Sohn geht noch zur Schule Mein Sohn geht noch zur Schule Meine Tochter geht in Berlin zur Universität Meine Tochter geht in Berlin zur Universität Sie hat noch vier Jahre Sie hat noch vier Jahre Und nachher möchte sie in Berlin bleiben Und nachher möchte sie in Berlin bleiben Versuchen Sie zu fragen Euer Berlin-Romi Passande Es gefällt dir in Berlin? Es gefällt dir in Berlin? Es gefällt dir in Berlin? Ja, sehr Es gefällt dir in Berlin? Ja, sehr Aber mein Sohn möchte nicht in Berlin wohnen. Er wohnt lieber nicht in Berlin. Er wohnt lieber nicht in Berlin. Versuchen Sie zu sagen Meine Tochter möchte in Berlin bleiben. Meine Tochter möchte in Berlin bleiben. Sie schreibt mir oft. Sie schreibt mir oft. Und sie telefoniert auch oft mit mir. Und sie telefoniert auch oft mit mir. Fragen Sie Und Sie besuchen sie oft in Berlin, nicht wahr? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Kann ich hier telefonieren? Wiederholen Sie Könnte ich telefonieren? Könnte 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 ich Könnte ich telefonieren? Könnte 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 aus Könnte слова Könnte 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 ich hier telefonieren? Karmann de Pazirisch mege, wale elbette. Ja, natürlich. Ich brauche ein Taxi. Einen Moment. Versuchen Sie zu sagen, Einen kleinen Moment. Ich kann Ihnen eine Telefonnummer geben. Ich kann Ihnen eine Telefonnummer geben. Entschuldigen Sie, Ihr Taxi ist hier. Entschuldigen Sie, Ihr Taxi ist hier. Entschuldigen Sie, ich brauche einen Arzt. 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 Einen Arzt. Ich brauche einen Arzt. Arzt. Wie sagt man? Wie sagt man? Doktor. Arzt. Der Arzt. Der Arzt. Sagen Sie Ich brauche einen Arzt. Sie brauchen einen Arzt? Sagen Sie Ja, meine Frau brauche einen Arzt. 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 Hat sie heute etwas gegessen? Nein, nicht viel. Sie hat heute nicht viel gegessen. Das ist für Ihre Frau. Die nächste Apotheke ist in der Bergstraße. Die Apotheke ist nicht weit von hier. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und danke sehr. Auf Wiedersehen. 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 Bis zum nächsten Mal.